Sie können beide Hände benutzen, aber stellen Sie sich vor, dass dieser Löffel weich wird. Und versuchen Sie, den Löffel zum Plastik zu machen. Sie müssen daran glauben, dass eine gewisse Energie in diesen Löffel fließt und ihn aufschmilzt oder bingt. Das Metall weicht auf. Vor 30 Jahren hat mich das berühmt gemacht. Versuchen Sie es zu Hause auch zu machen. Versuchen Sie, den Löffel zu biegen. Ja, jetzt wird er ganz weich. Also schnell anfassen. Keine Kraft wird angewendet. Der Löffel biegt sich langsam. Als erstes mal einen herzlichen Applaus. Klappen.